Cheers! In der heutigen Folge geht es um eines der bekanntesten Fortbewegungsmitteln zur Zeit von Sherlock Holmes, dem Hanson Cup. Ich zeige euch jetzt mal gleich worum es geht, weil jemand jetzt nicht damit anfängt, diese Kutschenform. Immer wieder taucht dieses Fortbewegungsmittel in den Sherlock-Holmes-Geschichten auf. Sherlock Holmes und Dr. Watson benutzen diese Kutsche immer wieder. Es war quasi eine Art Taxi, nicht eine Art, es war ein Taxi. Ein Hanson Cup ist eine Pferdekutsche. Diese wurde 1834 von Joseph Hanson, einem New Yorker Architekten, entworfen und patentiert. Das Fahrzeug wurde von Hanson in England entwickelt und getestet. Ursprünglich wurde diese Kutsche als Hanson Safety Cap bezeichnet. Sie hat die Geschwindigkeit mit Sicherheit versprochen. Sie hatte einen auffällig niedrigen Schwerpunkt, der gerade sichere Kurvenfahrten gewährleisten sollte. Cap ist übrigens die Abkürzung für Cabriolet. Mit der Einführung der Taxameter wurde diese Kutsche schließlich zum Taxi Cap. Sie waren beliebt. Sie wurden von nur einem Pferd gezogen. Dies machte die Fahrt auch relativ günstig. Ebenfalls konnten sie im Stau, ja auch den gab es zur damaligen Zeit schon, um große Pferdekutschen herumfahren. In London waren im 19. Jahrhundert bis zu 7.500 Hanson Cups unterwegs. Andere Städte folgten, einschließlich Irland. Aber auch in Paris, Berlin oder St. Petersburg wurden sie eingesetzt. Zum Design? Ihr seht es hier. In der Kabine war Platz für zwei bis drei Personen. Zwei gemütlich, drei schon sehr Beengt sitzend. Und der Fahrer saß hinter den Passagieren auf einem gefederten Sitz. In der Nähe der Rückseite gab es eine Art Türe. Durch diese konnte man dem Fahrer Anweisungen geben. Durch diese Luke wurde ebenfalls bezahlt. Danach gab der Fahrer durch einen Hebel die Türen frei und man konnte aussteigen. Man sieht, es gibt hier Versionen mit und ohne eben dieser Türe. In moderneren Versionen konnte der Fahrer die Kabine auch ausbalancieren. Dies erleichterte die Arbeit für die Pferde. Ein Glasfenster seitlich schützte die Passagiere vor Lärm, Kälte und vor allem Schmutz. Erst in den frühen 1920er Jahren wurde diese Kutsche durch die motorisierten Taxis abgelöst. In New York werden die Taxis ja bis heute noch Taxi Caps oder Yellow Caps genannt. Cheers!